Guten Morgen, yeah, guten Morgen, guten Morgen meine YouTube Community, eigentlich habe ich mich ja schon eigentlich in den Weihnachtsurlaub verabschiedet, aber nein, nein Leute, ich habe mir gedacht, das muss ich mit euch teilen, ich liege in meinem Bett, wir haben es mittlerweile, ohne Schmarrn, 8.53 Uhr und das am 24.12.2020 und und jetzt kommt der Hammer, es ist der 24.12.2020 und ihr werdet jetzt nicht glauben, das ist so verlautert, Leute, bin ich jetzt im Frühling aufgewacht oder was? Ey, ohne Witz, ich zeige euch das jetzt, warte, ich lege euch hier mal hin, oh Gott, ich zeige euch das jetzt ohne Schmarrn, ey, ich zeige euch das jetzt, ich zeige euch das jetzt, es ist jetzt ohne Scheiß. Jo Leute, es ist ohne Scheiß, der 24.12. Und ihr werdet nicht glauben, ich fühle mich gerade als wäre Frühling, Alter, ich liege hier mit Muskelshirt, mein Fenster ist offen, ich kann es euch auch mal zeigen, hier, und ja, das ist unscharf werden hier, das heißt, hier, mein Fenster ist offen und ja, das ist jetzt irgendwie so forever alone und zwar, denn, wenn, wenn ihr es einmal genau wissen wollt, die Sonne scheint, es ist der 24.12., die Sonne scheint und jetzt kommt's, der Himmel ist blau, wie kommt denn da bitte schön Weihnachtsstimmung auf, haben wir Frühling oder was, geht ja gar nicht, und das Fenster ist bei mir offen, Alter, und es ist nicht mehr kalt, ich sitze hier mit Muskelshirt, es ist voll warm, Bildschirm, überlegen, ob ich den Ventilator, den Ventilator hochhole, das ist pervers, das ist, da kommt keine richtige Weihnachtsstimmung auf, ich sag's, sorry, oh ever you, egal, auf jeden Fall, damit ihr es auch glaubt, dass die Sonne wirklich scheint, ja, wenn man es hier nicht sieht, dann zeige ich euch mal hier die Tür, da, an meiner Tür, die Sonnenstrahlen, hier, seht ihr das, das sind die Sonnenstrahlen, und jetzt, Leute, jetzt gehen wir da ins Fenster, das glaubt mir keiner, das glaubt mir keiner, das ist so forever you, seht ihr da hinten, da scheint die Sonne, wenn wir jetzt da hoch gucken, da haben wir einfach blauen Himmel, was ist das, und kein Schnee, also, per aller Liebe, nein, nein, das ist no way, Alter, und das Fenster hab ich offen, ja, hier, schaut, ich mach's extra so, ach, das Fenster ist sogar offen, und ich sitze hier mit Muskelshirt, das gibt's nicht, ey, und es ist nicht mehr kalt, was ist das, super, da kommt jetzt Weihnachtsstimmung auf, wir machen Weihnachtsstimmung mit Frühling, oder was, super, ja, egal, auf jeden Fall, trotz des guten Wetters, habt heute eine besinnliche Zeit, feiert schon mit euren Liebsten, wenn keine Weihnachtsstimmung aufkommt, dann tanzt einfach eine Bolognese durchs Wohnzimmer, und, ja, das ist so eine Person im Wetter, sagen, das ist, wär's, okay, also dann, ich mach jetzt erstmal einen Kaffee, und dann mal schauen, und was ich dann auch mach, vielleicht, und dann, ja, wenn ich bei diesem Wetter jetzt noch genießen soll, und ein bisschen Fahrrad trampeln, bis dann!